Antonio Giuliano ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. Vereinskarriere Antonio Giuliano spielte beinahe seine gesamte Karriere beim SSC Neapel. Mit 19 Jahren gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft der Neapolitaner. Er wurde zweimal Wiesemeister und gewann 1976 den italienischen Pokal. 1978 wechselte Giuliano für ein Jahr zum FC Bologna und ließ seine Karriere dort ausklingen. Internationale Karriere International gab Antonio Giuliano sein Debüt für Italien 1966. Er nahm an drei Weltmeisterschaften 1970-1974 als Ersatzmann teil, absolvierte dabei jedoch nur eine einzige Partie. Dies war das Finale von 1970 als Italien gegen Brasilien verlor und er eingewechselt wurde. Bei seiner einzigen Europameisterschaft 1968 im eigenen Land gewann Giuliano den Titel. Unter Trainer Fouccio Valcarecci hatte er alle sechs Qualifikationsspiele gegen Rumänien, Schweiz und Zypern bestritten und stand auch an der Seite von Spielführer Giant in Tufacetti im Viertelfinale gegen Bulgarien im April 1968 in der erfolgreichen Mannschaft. Lediglich im 2 zu 0 gewonnen Wiederholungsspiel des Finals am 10. Juni in Rom gegen Jugoslawien fehlte er verletzungsbedingt. Erfolge 1 Mal italienischer Pokalsieger 1 Mal Europameister mit Italien 1 Mal Europameister 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 1 Mal Europameister